So Leute, willkommen zurück bei Let's Play Cave Story. Ich hab den restlichen Kram nochmal gemacht und ja... Äh, okay, äh, äh... Äh, Mädchen, ich hab doch hier... Äh, so, muss ich dir geben? Ja... Okay, äh... Wenn ich sagen, dann handen die Rest. Äh... I don't know, I mean... Äh... Ja, du bist du, äh, muss ich sonst noch was machen? Okay, dann übernimm du mal den Rest. Dann geh ich einfach mal weiter und prügel mich mal wieder mit Viechern. Das ist, glaub ich, das, was ich am besten kann. Also prügeln! Ich hab langsam viele Waffen, ey, das ist schlimm. Ach, wah! Nicht, nicht zerquetscht werden. Zerquetscht werden dürfte mir jetzt nicht gut gebraucht haben. Mhm, 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 mhm. Hört auf, mich zu zerquetschen zu wollen. Das ist echt nicht nett. Wow! Wow! Was willst du, Heidi? Nääääh! Aha! Irgendwie eine Art Todespanzer hier. Näääh! Wäre schon nicht schlecht, wenn ich dann dauernd was im Weg weg. Hä? Wer? Wo? Der Panzer! Hä? Aha, ein Panzer. Wie soll ich gegen einen Panzer kämpfen, bitte? Oh. Hauen wir einfach mal drauf. So, erstmal auf die Kerne, also auf diese Dinger da. Hör mal, du mein Freund. Ah! Ja, richtig, fahr nochmal irgendwo hin, wo ich nicht mit langen darf, ey, wie unfair. Ja, fahr mich nicht platt, fahr mich nicht platt. Ah, die Dinger schießen jetzt auch noch auf. Sau gut zu wissen. Gefällt mir nicht. Uah! Nee, ich fahr auf dir mit, du Penner. Panzer. Panzer, das ist gut. Ah, das ist okay. Okay. Okay, weißt du, was ich davon halte? Hier, Bubbles. Bubbles! Aua! Ein Schaden macht mir die Barriere, okay. Aha! Okay, jetzt frisst er den. Aber jetzt hat er auch hier über, Alter, was ist denn hier jetzt auf einmal los? Auf der Seite meine Maschinen, dann würde ich sagen. Au! Die King habe ich leider nicht auf voller Stufe. Das ist doch gut, ey. Aua! Aua! Diese Raketennerven, ey, die er da abfeuert. Diese... Boah! Die sind fies! Äh, hier. Schluck Raketen, Mann! So! So! Warte einfach drauf los, irgendwie wird's schon helfen. So! Und jetzt sterb! Boah! Jetzt! Hä? Was zur... Defeat Monster X. Aha. Ist richtig. Absolut richtig. Ja! Ist so richtig, Leute. Ei, ei, ei. Hä? Man hat mir gesagt, den soll ich ignorieren. Das tue ich jetzt auch. Ich ignoriere ihn. Ich gehe speichern. Mich einmal auffrischen. Und ich sollt ihn um Himmels Willen ignorieren. Ich sollt ihn ignorieren. Auch wenn es so dermaßen gegen meine Prinzipien widerspricht. Ich sollt ihn ignorieren. Ihr habt es mir gesagt. Jetzt heult nicht rum, ich hätte mit ihm sprechen sollen. Baaah! Aha! A warning when you show up. If we can just get this rock out of the way, Beyond Exit, run up on earth, beyond the burn. Huh? Ready, push! RARK! It wasn't moved one bit. I'm not sure too strong enough. Oh, that sucks. Oh, Barak. You! You're alive, I see. Not only that, you're trying to get out of that labyrinth. Shouldn't you be saying, put your good littles, Robots? You can't stand up, my master, anymore than I can, you know? Fine, then. I'll just put a stop to this. Hope you don't mind being Iron Scrubs. Uh-huh. Just who we were looking for. Taylor Willowid, will you? NAH! Ready, one, two... YOU'RE EVEN ISNING TO ME! Nö, die höre ich gar nicht. Hörst du auf mich zu knuddeln?! Ups. Oha, er hat missiles. Ich hab KING! Hörst du auf mich zu knuddeln?! Hörst du auf mich zu knuddeln?! Hörst du auf mich knuddeln zu wollen?! Krocken auf mich zu knuddeln?! Defi, Barak, und schon wieder. You win! I'll move the rock for you, but remember, don't tell ANYONE that I helped you. Your secret's safe with us. Benny Barak! Kroo! No, remember, don't tell a soul that I helped you. We won't. We won't. Blah! I don't think he's really at that bad for a guy. Mal gucken, was gegen wir. Yeah! Missiles been powered up? Moment mal. Wow, sind die Dinger schnell. Aber sie sind auch wieder auf Level 1. Oh, okay. Jetzt ist langsam hier Power-Up-Zeifer. Ja, wir rennen, der... Oh, diese Mucke! Ey, ich liebe dieses Spiel allein schon für die Musik. Okay. Was zur... Der Böse. Äh, Moment. Okay, ich muss jetzt mal ein bisschen mit meinem Raketen erbauen. Wow. Was auch immer das sein soll. Egal. Bait. Wow. Madame hat hier... Madame ist ja auch nicht schlecht. Die hat, glaub ich, so'n Passaschie. Erstmal hier wieder. Meins haltet. Meins. Hat halt nichts. Boah. Ey, das ist ein Grund, das schon hier zu holen. Hä? Aber es hilft mir jetzt. Das find ich cool. Die ist voll Chewie drauf. Auch wenn ich hier einen Schlüpfer hab. Äh. Hä? Was hab ich da gerissen? Achso. Es sind Stacheln. Hä? Es sind Stacheln. Ich bin auch ein Depp. Äh, die hat jetzt mal einen Polar-Stat. Aua. Ähm, die... Scheiße. Keine Müssls mehr. Aber ich will doch unbedingt wissen, was er auch vollbringt. Das war nicht fair. Äh, ja. Wo starte ich jetzt nochmal? Hier. Ja, genau. Hier. Oh Gott. Ei, ei, ei. Ich mach mir das aber auch leicht. Hoppala. Na ja, ich glaub, ich mach sowieso erstmal Schluss für heute. Ich hab jetzt erstmal wieder ein bisschen was. Und, äh, gut. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Ja, Leute.